Gibt es im Jahr 2024 keine Rentenerhöhung, weil der Bund wegen der prekären Haushaltslage Geld sparen muss? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Bundesregierung hat sich ja in der Nacht vom 12.12. zum 13.12.2023 auf einen Haushaltskompromiss für das Jahr 2023 geeinigt. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden, viele Milliarden Euro müssen eingespart werden. Die Rede ist von rund 45 Milliarden Euro, die bis 2027 eingespart werden müssen. Einher geht auch die Rede von Einsparungen im Sozialbereich. Da reden wir aktuell von 1,5 bis 3 Milliarden Euro, je nachdem, wie man die ganze Sache, was der Lindner davor hat, plant. Und Lindner wird mit den Worten zitiert, wichtig ist aber, es wird keine Reduzierung von sozialen Standards geben. Einsparungen soll es laut Worten Lindners im Bereich des Arbeitsmarktes geben. Finanziert werden soll das alles durch Einsparungen, sollen diese Einsparungen praktisch gegenfinanziert werden, durch massive Anhebung der CO2-Besteuerung beim Tanken, beim Heizen mit fossilen Brennstoffen und so weiter. Also es kündigt sich letztens eine unglaubliche Steuererhöhung im beispiellosen Ausmaß an, wenn es zum Beispiel um die Dieselpreise an den Tankstellen geht. Da habe ich ja ein Video gedreht und veröffentlicht am 14.12.2023. Da gehen die Dieselpreise über Nacht von 2023 auf 2024 auf 4,7 Cent nach oben. Das ist schon wieder das Thema mit der CO2-Bepreisung. Die geht auch nach oben und deswegen werden wir letzten Endes hier ganz, ganz hohe Preissprünge haben. Ja, meine Damen und Herren, und eine Frage, die mich zu diesem Thema erreicht hat, ist, fällt jetzt die Rentenanpassung, die ja zum 1.7.2024 kommen soll? Zum Beispiel, man redet von 3,5 oder mehr Prozent, wird diese Rentenanpassung wegen den riesigen Haushaltslöchern sozusagen zum Opfer fallen. Gibt es also sozusagen keine Rentenerhöhung 2024, weil der Bund sparen muss? Meine Damen und Herren, bevor ich auf diese Frage eingehe, noch mal ganz kurz was zu der allgemeinen Situation. Bevor das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, war die Welt noch absolut in Ordnung. Ja, da hatten wir einen Haufen Geld im Bundeshaushalt. Da sollten viele Projekte finanziert werden, auch Umweltprojekte, auch Projekte für erneuerbare Energien. Denken wir zum Beispiel an den grünen, blauen Wasserstoff und so weiter. Transformation weg vom Gas und Öl hin zum Wasserstoff. Eine tolle Geschichte. Alles über Nacht weg. Ja, und die Verunsicherung der Menschen in Deutschland ist sehr, sehr groß. Vor allen Dingen auch bei den Rentnern, denn da hat es ja gleich, nachdem das Urteil kam, sofort ging es los mit den Kürzungswünschen von irgendwelchen Ökonomen, aber auch von solchen Leuten wie dem Finanzminister Bayaz der Grünen aus Baden-Württemberg, der ja gleich gesagt hat, oh, da müssen wir an die Rente mit 63 ran. Und weil es noch so schön ist, die Mütterrente 1 und 2 soll ja auch noch wegfallen. Also alles völliger Irrsinn. Und das führt die Leute natürlich dazu, dass sie nachdenken und auch Angst bekommen. Und dann eben uns schreiben und fragen, was passiert dann mit der Rentenerhöhung 2024? Fällt die jetzt wirklich unter dem Tisch? Ja, wird die also sozusagen hier nicht kommen? Nein, meine Damen und Herren, eines dürfte auch klar sein. Die Rentenanpassung folgt nach gesetzlichen Regelungen des SGB VI. SGB VI ist das Sozialgesetzbuch, das für das gesetzliche Rentenrecht zuständig ist. Und die Bundesregierung kann nicht einfach so mit einem UKAS oder per Order Mufti die Rentenerhöhung aussetzen, sondern die Rentenerhöhung ist gesetzlich geregelt. Und zwar in Paragraf 65 und 68 SGB VI. Und in Paragraf 65 steht ein Satz dazu. Zum 1. Juli eines jeden Jahres werden die Renten angepasst, indem der bisherige aktuelle Rentenwert durch den neuen aktuellen Rentenwert ersetzt wird. So, und da steht es genau drin, wenn der aktuelle Rentenwert angepasst wird, weil sich Bedingungen, zum Beispiel Bruttolöhne im Vergleich zu den vergangenen Jahren erhöht haben, ja dann muss die Bundesregierung per Rechtsverordnung, dazu ist sie gezwungen, so steht es auch im Gesetz, den Rentenwert erhöhen. Und zwar unabhängig von der Haushaltslage. Die Bundesregierung kann nicht einfach per Order Mufti entscheiden und sagen, wir setzen das alles mal aus und die Sache ist erledigt. Nein, das ist völliger Blödsinn. Wer sowas behauptet, hat einfach keine Ahnung von der Rechtslage. Was aber gemacht werden könnte, aber das wäre sozusagen der politische Selbstmord einer jeglichen Regierung in Deutschland, man müsste das SGB VI sozusagen ändern. Man müsste also praktisch das Gesetz, § 68, § 65 SGB VI, einfach ändern oder aufheben. Oder schreiben, nee, es gibt keine Rentenerhöhung mehr. Aber da muss es gesetzlich drinstehen. Und solange wie das Gesetz, so wie wir es jetzt haben, da ist, meine Damen und Herren, kann die Bundesregierung eine Rentenanpassung nicht einfach so aussetzen. Das geht nicht. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Und das wissen die Herrschaften in Berlin auch. Und nun wissen Sie das auch, dass eine Rentenerhöhung letzten Endes nicht einfach so vom Tisch gewischt werden kann, wie zum Beispiel eine Steuersubvention, die man ja ohne Probleme letzten Endes kürzen kann oder auslaufen lassen kann. Aber das geht bei einer Rentenanpassung absolut nicht. Die Rentenanpassung in Deutschland läuft nach gesetzlichen Regelungen. Und die Anpassung selbst ist wiederum in § 68 SGB VI geregelt. Also, meine Damen und Herren, machen Sie sich da bitte keine Sorgen. Rentenanpassung in Deutschland wird es auf jeden Fall so lange geben, solange wie wir die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen haben. Und das steht alles im SGB VI geschrieben. Können Sie gerne mal nachlesen. Ja, also machen Sie sich bitte keine Sorgen. Auch über Weihnachten bitte nicht. Das ist alles nur Humbug, was da behauptet wird und was sich da verschiedene Leute eventuell auch so ausdenken. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich bin wirklich mega gespannt im März 2024, was Bundesminister Heil, wenn es die Bundesregierung bis dahin noch geben sollte, dann für neue Rentenwerte zum 1.7. bekannt geben wird. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und natürlich eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.